Ja Leute, wir bekommen ein neuer Gilber hier gegen Say Swag Again und ja... Defense mäßig irgendwie nicht so übertrieben... Aber... Irgendwas werden wir schon finden... Okay, warum nicht ne? Hier war es der Perna Odin... Jara und so... Jara ist ja jetzt ein bisschen ungeruhmt... Obwohl ich ja nicht ganz so zufrieden bin irgendwie mit nem Speed... Gott, die Rune ist so schlecht hier... Okay, dann muss ich nachher gleich irgendwas anderes machen... Ja, den da unten mirrern wir so halbwegs... Jo, Clara ist jetzt ziemlich schnell bei mir... Ich bin zwar kein Freund von Clara in der Offense, die bei mir nie wirklich funktioniert, aber... Toll... Toll... Die sind alle zu langsam, na gut... No... Können wir dich killen? Hahaha... Ja okay, toll... Na gut... Jo... Äh... Holy Jesus... What is that?! What the fuck is that?! Ja... Sechs und so... Im Prinzip sind wir jetzt da, wo wir eigentlich vorher gewesen wären... Wenn... Dingsterbumster nicht verkackt hätte, ne... Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt leider keinen extra Turn kriegen... Außer wir blocken... Na leider nicht... Warte... Das ist illegal... Übelst langweiliger... Okay... Schauen wir mal an die Outspeeden... Na gut... Die anderen haben ja noch Belohnen... Die anderen haben ja noch Belohnen... Holy... Sch... What?! Na gut... Wir gewinnen trotzdem, wir killen Galleon... Der stirbt dann Dotz... Sierra... Prockt... Bräuchten wir zwar nicht, aber... Ist nicht schlecht... Okay... GG... Okay, hier unser... Unterwäschetroll... Ravioli aus der Mikrowelle von deiner Mutter und so... Ja... Ziemlich cool die Teams... Das untere Team ist so geil... Bisschen Pussy halt die Teams die ich bringe... Ich weiß... Aber hey... Ich will halt nicht gegen ihn verlieren... Pussy... So... Ähm... Ja... Es ist eigentlich egal was ich mache... Ich gewinne so oder so... Hehehe... Hehehe... So geil der... Der dritte Skill vom Beißen... Dirk... 40% glaube ich weniger... Hab hier oder so... Ja... Was soll ich sagen... Ich hab Beißen wäre richtig... Nice für mein Cleave Team in der Arena halt... Statt Draco oder irgendwie so in die Richtung... Na gut... Easy Win... So... Das ist auch... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Okay... Attack Buff... Tut sie hier spielen... Die Dingens? Ne oder? Die wird gerade verkackt ne? Ich will das Luschen... Mach jetzt kein Amp... Ach das ist doch Scheiße... Dann hat er... Dann hat er wieder keine Attack Buff... Nix... Ja... Machst du Amp? Ach... Junge hier... Was ist mit diesen Dark Fever... Kackst du die ganze Zeit? Help me! Help... Me! Okay... Dann eben nicht... Hm... Ja... Das... Diese... Dark Zier Meisterin... Oder wie sie auch immer heißt... Ja... Umleckt schon wieder... Kann irgendwie so auf die Art AOE Branding... Also irgendwie das... Das 25% mehr Damage macht... Also richtig nice... Ja... Aber... Die AI dürfte scheinbar auch ein bisschen Scheiße sein... Genauso wie die von Luschen... Ähm... Hier... Hat sie das gemacht... Spielt eine Melodie... Die das Angriffstempo aller Verbündeten... Mit Ausnahme von ihr selbst... Zwei Runden lang erhöht... Und den Schaden... Aller Verbündeten... Und Feinde... Um 25% erhöht... Also... GG Luschen... Mein Luschen macht... Ich glaube 17k irgendwie so in die Richtung... 17k... Und davon nochmal 25% mehr... Aber ja... Das soll irgendwie nicht so besonders sein... Die Defense hier... Na gut hier... Kennen Baller... Den kennt man ja... Glaube ich vom Tenier und so... Ziemlich starker... Spieler... Ziemliches Toll Team... Und ein Double Bomber Fairy King... Mal schauen... So... Was macht Orion... Meine Weaver Jail ist... Stunnen... Warum nicht... Proc wird cool jetzt... Awww... Aber gut... Eigentlich eh egal... Die Melodie ist so oder so tot... Machen wir ein bisschen Damage auf Orion... Nur den killen... Den Balls... Proc jetzt nicht... Hör auf eh... Okay... Leicht übertrieben grad... Was... 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 Oh mein Gott... Hey... Komm... Hör auf... Fuck... So... Was machst du... Okay... Hätte schlimmer sein können... Hätte besser sein können... Aber... So... Ich kann eh bluschen... Jupp... Siar... Proppt natürlich wieder mal... Die anderen beiden sollten eigentlich sterben... Ich kann sich vorstellen... So... Einer der besten Spieler der Welt zu sein... Und damit zum... Oder gegen... So ein Trollteam zu verlieren... Ich meine... Okay... Ich weiß... Es ist Gilber halt... Ja... Aber... Irgendwie trotzdem lustig... Na gut... Na gut... OO OO